Until the day I die, until the day I die. Ich dreh schon mal die Würstchen um. Wir haben ganz spezielle Gäste hier und zwar Five Finger Death Punch. Jeremy und Jason sind da und wir haben noch zwei Fans dabei, Axel und Vanessa. Und ja, wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken. Dankeschön. Bitte schön. Danke schön. Ich liebe Burn Motherfucker. Oh, schön. White knuckles. Ja. Ashes. So, es ist wirklich schön. Awesome. Ich liebe sie alle. Es gibt eine sehr loyal und dedicatete Heavy Metal Fanbase hier. Es scheint die deutsche Sache zu sein. Sie lieben die heavy Musik. Es ist immer ein Blast, hier zu kommen. Ich liebe sie auch. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie.